Ja, was läuft? Ich bin's, euer Dschunge Yoshimitsu, hier im Club Couture beim Dancehall Queen Contest 2011, hier auf Schwarzfahrer TV. Ich kann euch nur eins sagen, geht schwarz fahren, Jungs. Ich tu das schon mein ganzes Leben lang, denn schwarz fahren, das ist es. Yoshimitsu, hier in Wien, Club Couture Dancehall Queen Contest 2011. Peace. Also, ich bin's, 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 ich bin's. All right, let's go to now. Wurzeln, djubb, ladies and gentlemen. What you are now here is, is you're in the baby. Europe's most beautiful and talented ladies have come together to form the dance, truffle, arm with arm. Let's go! Let's go! Let's go! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Musik Let's see y'all one more time For the Dance Troubles on me Are you ready for the Austrian Dance of Win contest? Let's get ready to rumble Song 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hey, let's put it up, you a burner. Me know the way you do my materno. I'm gonna die, my girl, you a burner. You a burner. Do something else, you know. Give them a quickie, your little dog, them a fuck. Lookin' for you. Oh, my God. 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 Es muss wirklich leben, die Dance zu leben. Wir haben eine Austrian Dancehall-Queen heute Abend. Ich will euch noch mal vorstellen, wir haben Big Head Promoter, straight aus Jamaika hier. Er ist der Erfinder von Dancehall-Queen-Gonches. Er ist der Erfinder, er hat vor 15 Jahren hier das alles angefangen in Jamaika. Bitte geben Sie auf, für mich, Big Head Promoter! 15 Jahre lang, 1997 in Jamaika, Montego Bay, das ist wo ich. Wo ist die Jamaika? Ich begann die International Dancehall-Queen in Montego Bay, in 1997. Und es hat grown, um zu sein, was es ist. Wenn wir angefangen haben, haben wir keine Ahnung, wie groß es wird. Also, auf Deutsch nochmal. Vor 15 Jahren in Montego Bay haben sie Dancehall-Queen-Contest angefangen und hatten am Anfang keinen Plan, wie groß es werden wird. Wir haben immer noch immer noch in Jamaika, von all over der Welt. Wir haben Japaner, wir haben Amerikaner, Germaner, Swedisher, andere Menschen in Jamaika. 2 Jahre lang, 3 Jahre lang, wir haben die erste Austrian Dancehall-Queen. Wir haben immer internationale Künstler hier, von Japan, Amerikaner. Sie reisten überall von der Welt an, um beim Dancehall-Queen-Contest mitzumachen. Und vor zwei oder drei Jahren, hatten wir die erste österreichische Teilnahme vom Dancehall-Queen-Contest in Jamaika. Und her erste Austrian Dancehall-Queen, der erste Dancehall-Queen, der erste Dancehall-Queen, war Farouk. Ich möchte sagen, was Farouk. Ich möchte sagen, was Farouk. Ich sage, sie nun, sie hat eine andere Dancehall-Queen von Astrid. Sie hat sich entschieden, sie hat sich auf heute Abend an. Ich bin ein Promoter. Und nicht nur ein Dancehall-Queen, ich sage, sie hat eine junge Frau, die wir glauben, was wir in Jamaika, was wir in Jamaika, was wir in Jamaika. Sie sehen, Jamaikans, wir sind präubige Menschen. Wir müssen sagen, das wir unsere Austriens verstehen. Wir müssen euch zu sagen, das wir die Austriens schauen in Jamaika feiern. Ich komme zurück zu Jamaika, das Video zu diesem Video und dieses Video. Und ich möchte sagen, dass wir nicht für Barriens nicht verletzen, Jamaika und der Rest des Wörls würden nicht wissen was Sie machen in Austria, Reggae. Ich liebe es, ich liebe es und ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es und ich liebe es. Ich bin stolz auf dich und ich danke für die invited me. Ich möchte wieder zurückkommen, der nächste Jahr in der nächsten Jahr und crownen eine neue Dance-Hour, please. Danke, 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 danke. Bitte geben Sie es auf für die R-Shipton Complete, Sankt D.B. Sankt D.B. Sankt D.B. Sankt D.B. Sankt D.B. Schöpfer, Sankt D.B. 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 Vielen Dank.